Ey, Leute, ist das euer Ernst? Wir müssen einmal kurz reden. Wenn ihr mich schon beleidigen wollt, Leute, Digga, dann macht's doch wenigstens richtig. Digga, meinetwegen, hau mich auf die Fresse. Komm vor meiner Haustür, Digga. Scheißfrau meiner Haustür. Meinetwegen, spuck mir in die Fresse, Alter. Aber dass 75% von euch mich nicht abonniert haben, ey, das ist selbst für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ey, das, was ich euch jetzt zeige, Jungs. Guck mal, ich hab ja erzählt, ich hab die letzten Tage nichts aufgenommen gekriegt, ne? Gar nichts. Und ich bin so ein Mensch, ich lad lieber gar nichts hoch, anstatt, dass ich irgendwas langweiliges, irgendeinen Müll hochlade, weißt du? Was mir aber in dieser Zeit aufgefallen ist, wo ich auf Kramp versucht hab, was aufzunehmen, Alter, es gibt so krass schlechte Server, das ist auch gar kein Front jetzt an den Serverinhaber. Ey, aber boah, boah, ey, Junge, der Server ist so schlecht. Oh mein Gott. Also RP-technisch. Also wenn du sagst, das ist ein GTA Online-Server, ey, geiles Ding so. Den musste ich euch heute einmal zeigen. Lasst uns einfach mal auf den Server draufgehen. Wir gucken, weil wir gucken, was in den ersten 10, 20 Minuten passiert, während wir auf diesem Server sind. Ich find's, wie gesagt, ziemlich schlecht. Guck mal, wir gehen ganz normal in den Waffenladen rein. Erstmal liegt schon mal zwei Tote im Waffenladen. Let's go. Ey, dope Frisur, Homie. Hallo? Ja? Ey, hast du zweieinhalb Tausend für mich? Ja, ja, klar. What the fuck? What the fuck? Alter, der wollte mich umbringen. Chill, der... Chill. Der wollte mich umbringen. Chill, der wollte mich umbringen. Hochholen, bitte. Bitte. Geil. Okay, danke fürs Hochholen, Bro, ne? Boah, Ehremann, dass er mich zum Medic gebracht hat. Ja, boah, chill. Guck mal, der Ehremann bringt mich jetzt. Das geht auch nicht. Da hast du vollkommen recht. So was darf man nämlich nicht. Der Typ ist doch ein ganz netter. Ich hab dem Typ gesagt, dass es nicht geht, sie ins Gebüsch zu werfen. Ja, das ist wirklich unerhört. Das darf man nicht. Das ist nicht konform, finde ich. Ja, ist es auch nicht. Die Regeln erlauben das auch gar nicht mal, ne? Ja, ja, ist es auch nicht. Hab ich dir doch gesagt. Das ist voll verboten. Weil man sie dann ja nicht mehr findet. Genau, völlig richtig. Mediziner, Mediziner. Hey, Baby. Der Medic muss auch erst kurz darüber diskutieren, welches Auto er sich als nächstes kauft, bevor er mich wiederbeleben kann. Das können wir, denke ich, mal alles nachvollziehen, ne? Kannst du mich eben zum Waffenladen fahren, Bro? Ja, ja. Dope. Könnt ihr mir kurz helfen? Wohin? Wobei? Dort vorne ist ein Medic, der schießt uns die ganze Zeit grundlos und ist übsam reintrollen. Oh ja, ich hab schon Messerslice gehört. Ah, da sieht man ihn, ne? Ja, genau. Ja, genau, ne? So gehört sich das. Und wie sieht's aus? Hast du Bock, ein paar Leute abzuslicen? Oder wie steht's da bei dir? Ja, deshalb... Aber ich hol mir kurz mein CV-Outfit. Und du darfst im Gelände fahren. Darf man? Darf. Baba. Mein Auto ist ja halb, halb. Ja, stimmt. Das ist eigentlich sogar für sowas gemacht eigentlich. Das ist Hardcore-RP-Server, oder? Ja, auch hier kann man sehr gut spielen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich merke auch, die Leute sind eigentlich sogar ganz korrekt so. Bist du bei den Ballers, oder wie? Ja, sonst ist er vorbei. Ich bin auch... Oh, shit. Baba. Hallo, willst du mitkommen? Wir würden nicht irgendwo hinfahren. Keine Ahnung, wo du hin willst. Ja, klar, Bro. Ja, dann schlag hinten ein. Ich will aber Beifahrer sein, sonst möchte ich nicht. Ja, nee, dann klaust du mir das Auto, alles gut. Beifahrer. Oh, shit. Baba-RP. Der Server ist in zwei Minuten weg, Digga. Das Auto wäre im schlimmsten Fall für zwei Minuten... Oh, perfekt. Okay. Sorry nochmal, dass ich gefragt hab. Ey, Caio, willst du einsteigen? Ey, Junge. Das war jetzt okay, nur noch zwei Minuten, oder? Den Roll. Äh, man kriegt ja gar keinen Schaden von Autos. Ja, fast nicht. Weil ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen, warte. Boah, ich mach vermutlich voll geil Schießi irgendwie, ne? Also, man macht schon irgendwo voll geil Schießi. Voll krass geil mach ich Schießi mit dir. Boah, Alter, wieso? Kannst du mir jetzt grad mal erklären, warum wir mich erschossen haben? Ich hab' nicht was gemacht. Äh, Just for Fun war das. Ich hab' dich grad Just for Fun erschossen. Ja, okay, guck, da machen die tatsächlich schon den Überfall, wie es scheint. Ja, ja, der Polizist boxt ein bisschen und der andere schießt ein bisschen rum. Er macht Rolle. Und dann wird er gesliced, der eine. Beide sind gesliced worden. Er fickt sie. Er nimmt sie alle. Was hat der für ein Aim-Leap-Dealer, bitte? Nein. Nein, Digga. Ey, das ist mein Auto. Ey, das ist so krass, ne? Der Server ist so krass, wirklich. Es ist heftig. Boah, Bro, lass schnell nach drinnen, Alter. Hier werden wir abgeschossen, Bro. Komm schnell rein, Alter. Digga, hier bist du ja abgeschossen. Hier ist voll chaotisch und so. Was machst du, Amiga? Voll abgesliced. Voll geil abgesliced. Alter, Digga, hier ist der... Hä? Ich bin neu. Ich habe nichts getan. Ey, Junge, was geht hier für eine Scheiße ab, Bro? Sehr viel Scheiße. Können Sie sich bitte hiervon entfernen? Wie viele Leichen sind hier? Eins, zwei... Meine Herren, Alter. Wo wird geschossen? Überall wird hier geschossen. Wo wird hier nicht geschossen? Meine Herren. Boah, Umbi, Mann. Möchtest du mit, wir fahren? Verstecken. Aber bitte... Das MD muss auch immer sich darum kümmern, dass die Leute dann auch wirklich tot sind. Deswegen fahren die halt auch hier nochmal zur Sicherheit drüber. RP-technisch natürlich. Versteht ihr, denke ich mal alle. Schade, das Headshot... Officer, ich habe eine Geiselnahme erlebt. Officer, ich bin in der Wagen. Officer, ich habe eine Geiselnahme erlebt. Ich möchte ans... Voll geil weggeschossen, den kleinen Fisch. Bro. Jo, Männer, rennt ihr vor den Bullen weg oder wie? Jo, Homie, wer seid ihr? Wir wollen uns einfach nur bewer... Hä? Oh, warte, ich muss ja einmal aufsteigen. Ich bin alleine hier sowieso im Auto. Ey, Homie, wir wollen einfach nur ein paar stabile Leute, paar stramme Leute finden. Jo, ich kenne eine Stimme. Meine? Ja. Ja, das ist okay. Jo, Leute. Voll Slicey? Voll Slicey. Voll Slicey. Voll Slicey machen. Quasi ganzen Tag slicen. Warum hat jeder geschluckt von denen den Slicey? Ja, die haben irgendwelche Fanboys. Wir haben die, wir haben die, wir haben die. Lass hoch aufs Dach nehmen. Das war schlecht. Wir lassen die auch. Ich habe ihn aufs Dach gelegt. Nein. Alle hier hinlegen, alle hinlegen. Der redet, der redet auf dem Boden. Ich glaube, wir stechen, Jäger. Hallo? Alle, die zu ihm gehen, tötig. Jetzt geht zu dem weg von dem, Junge. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Könnt ihr mich hochholen? Nein, das sind keine Medics. Oh, Mann. Ey, das ist ein anderer... Ich dachte, ihr wärt jemand anders. Leute. Wenn hier einer was sagt, bin ich das. Was? Wenn hier einer was sagt, dann bin ich das. Junge, wie redest du? Ich bin 11, Junge. Check deinem Haul. Niemals bist du 11. Ah, Bixi, Bixi, du bist... Ah, Digga. Geschlecht, ja. Ja, sorry. Hallo? Ey, kannst du mich... Ja. Hallo? Sag mal, alle muss jetzt. Hallo? Fundstille. Ey, kannst du mal kurz ruhig sein, du am Boden. Danke. Sorry, sorry. Boah, die nehmen das voll ernst gerade. Die haben voll den Clan-Klick hier. Hey, Leute. Sag mal, Leute, ey. Kannst du mich hochrollen? Ich bin kein Medic. War mal. Roll mich mal bitte hoch, Mann. Ich bin kein Medic. Ich würde die aber gerne noch mal slicen, wenn ich gleich wieder lebe. Aber am besten ohne Counterplay so. Ey, wie geil wäre das, wenn einer von euch modd wäre. Er würde mich kurz carryen. Dann wäre ich unsichtbar. Und dann würde ich unsichtbar einen von den slicen. Oh, Jungs. Ey, bitte. Einer muss doch modd sein. Yes, sir. Ja, jetzt bin ich unsichtbar. Geil. Bring mich mal zu den Growflern. Einfach da hin. Kannst du mich... Ich finde die schon. Okay, danke schön. Es gibt ja keine G. Einer nicht, ob ich zähle. Okay. Voll geil Slices. Zähle. Ach, man liegt in vorne. Er wird von hinten abgelöst. Oh, vielen Dank. Voll Slices kriegt ihr, Alter. Voll Slices. Voll geil Pizza Slices, Alter. Voll Pizza Slices kriegt ihr. Voll geil Slices. Ich mach mal eben kurz Slices, ne? Schicka. Alter. Der hier, der hier. Der. Achtung, der kommt. Voll geil Slices, Mann. Voll geil Slices. Voll geil. Ich zock den ganzen Tag Fortnite und slice euch. Voll geil Big Z erstmal Slices geben, Alter. Dem Bastard. Voll geil Slices. Ey, scheiße, wie geil ich grad Slices mache. Der Wichser. Die kann nichts dagegen machen, ne? Wir knallen jetzt alle ab. Naja, man knallt ja niemanden ab, ne? Man wird voll geslicet. Man knallt gar keinen ab hier. Slices. Ich hoffe, ich bin tot. Slices. Slices. Slices.